Natürlich ist das Problem im Osten gravierender aufgrund bestimmter historischer Entwicklungen. Ja, dass der Osten eben ganz anders für das Dritte Reich bestraft worden ist als der Westen. Also die Bevölkerung im Osten ist ganz anders bestraft worden, eine ganz andere Last getragen im Gefolge des Dritten Reichs. Und auf eine gewisse Weise zeigt die AfD und zeigt die Entwicklung hin zum Rechtsextremismus, dass Deutschland in einem spezifischen Sinne nicht vom Faschismus befreit worden ist. Kannst du diese Last nochmal näher benennen? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass der Osten zum Beispiel das 130-fache Brugkopf an Reparationen gezahlt hat, dass er in die Diktatur eingesperrt worden ist. Dass sozusagen natürlich die Sowjetunion mit einer Reihe von Politikern, also Ulbricht und wie auch immer, wen man da zurechnen möchte, also die DDR-Nomunklatura, dass die ein Interesse hatten, hier ihre Machtinteressen durchzusetzen. Aber dass es die Mehrheit der Bevölkerung ausgebadet hat, indem sie in diese Diktatur eingesperrt wurde. Und viele Leute haben entweder die Flucht ergriffen, solange das möglich war, oder haben dann versucht, in dieser Diktatur halbwegs zurechtzukommen und ihr Leben zu leben, in das sie nun mal hineingeboren worden sind. Keiner hat sich ausgesucht, in die DDR hineingeboren worden zu sein. Und man musste damit zurechtkommen. Und natürlich hat der Westen sich auch bequem in dieser Situation eingerichtet. Es gibt einen Text von Patrick Süßkind aus dem Jahr 1990, wo er beschreibt, das finde ich sehr interessant, auch in seiner dialektischen Verdrehtheit sehr interessant, wie er bequem mit dem Rücken an der Mauer gelehnt hat, um nach Westen zu gucken. Und zwar nach Paris und New York. Das ist ein Text, der erst 1990 im Spiegel erschien. Und dann ist die Mauer umgefallen. Und jetzt soll er nicht mehr nach Paris und New York gucken, sondern nach Cottbus und Neuerswerda. Und er muss sich erst mal mit dieser neuen Situation zurechtfinden, und dass er keine Lust darauf hat. Und er beschreibt auch, wie er so ein typisches Kind der Bundesrepublik ist. Jahrgang 1950, also die 40-Jährigen, die es so relativ bequem gehabt haben, im Schatten der Großmächte da sich entfalten zu können. Aber im Osten war das eben nicht der Fall. Und das war ja keine Entscheidung für die Leute im Osten, sondern die haben das ganz anders ausgebadet, diese Folgen des Dritten Reichs, als die Leute im Westen. Der Historiker Heinrich August Winkler hat auch mal geschrieben, die Ostdeutschen waren von vornherein die Verlierer der Geschichte. Und genau so ist es. Und wir leben ja bis heute in den Nachwirkungen des Dritten Reichs. Also was wir haben, auch in Sachen Rechtsextremismus, sind ja Nachwirkungen des Dritten Reichs. Und auch diese Teilungen in Ost und West sind Nachwirkungen des Dritten Reichs. Und wenn der Westen dann sagt, also jetzt gab es erst so einen, Entschuldigung, dämlichen Artikel von Nikolaus Blome, meinem Lieblingsfreund da beim Spiegel, den habe ich ja auch schon im Buch mir aber vorgeknüpft, der mehr Dankbarkeit vom Osten erwartet. Ja, weil er ja so viel Geld an den Osten gezahlt hat. Herr Blome musste nicht 40 Jahre in die Diktatur gehen. Er war nicht 40 Jahre eingesperrt. Sondern er konnte sich da ganz normal seinem Leben widmen. In einem freien und doch gemütlichen Leben im Schatten der Mauer, von dem er nicht betroffen worden ist. Und da würde ich sagen, man kann einfach mal die historischen Realitäten anerkennen und feststellen, die Geschichte beginnt nicht 1989, sondern beginnt 1933. Und davon reden wir. Wir reden von den Langzeitwirkungen des Dritten Reichs, mit denen wir es heute noch zu tun haben. Das war nur ein Ausschnitt von unserem Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das komplette Gespräch gibt es hier. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn wir uns hier bald wieder hören oder wieder sehen. Bis dann. Tschüss.